Das kann ich auch. Aua, aua. Sei vorsichtig. Ach was, schau mal was ich kann. Haha, Crusher ist der Beste. Lass das, du könntest deinen Motor oder die Gleise beschädigen. Ach komm schon, auf Eisen zu fahren ist super. Mein Motor macht das nichts aus. Oh, was ist denn los? Wo kommt denn der Rauch her? Etwa von meinem Motor? Hilfe! Was hast du nur angestellt? Der Zug kommt gleich. Du hast die Gleise kaputt gemacht. Und deinen Motor? Ich bitte, Sek um Hilfe. Bitte beeil dich. Der Zug kommt gleich. Oh. Sek, schnell. Du musst uns helfen. Crusher steckt auf den Gleisen fest. Sek hilft euch. Ich schiebe und du ziehst. Okay. Beeil. Beeilt euch. Beeilt euch. Jetzt aber. Puh, wir haben es geschafft. Zack, bring Crusher in die Werkstatt. Ich repariere die Gleise. Zack hat verstanden. Dankeschön. Geschafft. Puh, das war aber knapp.